Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge steinige Zeit. Apropos, jetzt können wir wenigstens regelmäßig das hier machen. Warte mal. Ja, immer schön übers Neuklein streicheln stört überhaupt nicht. So, männlich geht es natürlich hier weiter in der Steinzeit, in der steinigen Zeit, ja. Wir haben letzte Folge wunderbaren Schaden gemacht. Wir waren so richtig bändig, wir haben so richtig den Hühner. Äh, gegeben, also nicht den Hühnern, sondern dem Feind. Also es war ein Traum. Wer die letzte Folge verpasst hat, guckt die nicht an. Schön. Hier schniffelt irgendwas. Da buckt irgendwas, laut Minimap. Was buckt denn hier? Was bist du denn? Hört sich an. Die Schlange? Ich glaube, du bist die Schlange. Seine Schlange. Ist mir egal. Wir wollen uns nicht mit Schlangen anlegen. Die sind zu klein. Ne? Sehr schwer. Belohnung. Ein Bewohner. Die Eindringung und Ritter. Die Gefangenen. Mensch, das bleibt unentdeckt. Sonst werden die Gefangenen hingerichtet. Ach du Scheiße. Nicht sowas. Alles klar. Das kriegen wir natürlich hin. Hin. Was hat da gerübst? Okay. Ach so. Ich muss erst mal quatschen. Juhu. Ja. Ja, ja. Könntest du mal mein Kätzchen streicheln? Nein? Könnt ich dich, Schweine, killen? Genau. Das sag ich auch immer. Weiter in einem Frosch im Hals. Aber ich möchte auch sammeln. Wir brauchen es ja. Oh, voll. Aber das ist was anderes. Fast voll. Doch, das war unterschiedlich. Gut. Dann werden wir uns mal hier vom pelzigen Rücken schwingen. Uns hier hinhocken. Und... die Eule rufen. Die Eule am Stüssel. Ihr seid alle tot. So. Die dann... Die da drüben, den habe ich hier schön... mit... ...Insekten vollgeschmissen. Die bleibt schön versteckt. Immer mit der Ruhe. Es war doch nur ein großer Vogel. Die dreht da irgendwie am Rad. Er sie ist. Eule wieder am Start. Na, dann wollen wir mal hier mal hin. What? Was machst du? Habe ich irgendwas übersehen gerade? Wo ist denn meine Katze dahin? Oh ja, meine wilde Bestie. Definitiv. Ich glaube, da sind noch so viel mehr. Oh, streichen? Nein, geht jetzt nicht. Ich glaube, da sind noch so viel mehr. Oh, streichen? Nein, geht jetzt nicht. Aber die Vierer leben immerhin. Vier Stück. Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt hier. Der weiß nicht, was los ist. Ah, in der Zeit können wir ja einen Schluck trinken. So, der kriegt einen hier. So, Peen-Dings. Jetzt Alternatively, doch... экale Ormond, Ö� allweil! Wie geht's denn mit mir? Die H Sueoperation halten! Die Höhungsteine ist einolesomeer Perfektor weltweiter. Die Höhungsteine planторσε! Das war die Höhungsteine. Die Höhungsteine sind ein�e? Tess jou zu sehen, das war die Höhungsteine noch nicht, Okay, beide haben wir erwischt. Was war das? Wer hat denn da gepfiffen? Sie baubelt da voll ab. Ich würde sagen, wir haben alle Popo-Klatsche hier. Okay, das war keine Popo-Klatsch. Hey. Wunderbar. Wunderbar. Nein! Warte mal! Nicht wunderbar! Warte mal! Warte mal! Nicht wunderbar! Nein! Nicht wunderbar! Warte mal! Schlag doch mal, du dumme Nuss! Na, komm doch mal her! Alter! Ja, nicht alle, aber mein Gott, wieso war... Ich meine, oh Gott, es tut mir leid. Drama! Ja, das ist echt Drama. Drama, Baby. Finde ich auch. Renn! Geh in mein Dorf! Warte mal, das ist auch eine Klatscherhund. Hm. Oh Mann. Ja, ja. Ich würde sagen, das haben wir wunderbar geregelt. Oh Mann. Doch, hier komme ich hoch. Hier müsste es sein. Ich habe A gedrückt. Klettern. Nicht nur hüpfen. Klatsche Hand. Oh, Klatsche. Hä? Und. Na schön, da kommt. Jetzt sag mir nicht, geht's noch weiter. Och. Nö. Warte mal. Hab ich auch. Ich will nicht da runter. Ja. Null Bock. Kein Interesse. Wirklich nicht. Lass unten nicht Wasser sein. Lass unten nicht Wasser sein. Lass unten nicht Wasser sein. Och Gott sei Dank. Warte mal. Facke ich hier noch? Ich facke hier noch. Schöne Krabbe. Kommt mal mit. Und. Hier haben wir die Hand. Ein Träumchen. Ich würde sagen, das läuft weiterhin hier. Ja. 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 Ich würde sagen, das ist ein Träumchen. Echt, jetzt? Ratte, komm her. Fleisch nehmen. Geh, so brenne ich denn. Ja, löschen, löschen, löschen. Die Ratte hat doch auch nicht gebrannt. Nein, ich will keinen Fall entzünden. Ich möchte Ölmalerei anziehen. Gut. Dann haben wir das an dieser Stelle auch. Komm, schnapp dir das Teil und... Oh, nee, schnapp dir das Teil. Wo ist meine... Katze. Komm hin. Können wir auch. So, wo treibt uns die Reise jetzt hin? Was ist denn das? Sehr schwer. Na, das ist doch sehr schön. Ich glaube, wir räumen irgendwie falsch auf. Das war ja hier ein bisschen doof. Alter, Finne. Das ist echt wirklich nicht... Ah, klein. Gut, gehen wir hier hin. Gut, gehen wir hier hin. War das ein Hütchen? Oh, das ist gut nach hinten, das geht... Warte mal, was für... Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ich weiß, dass du dich in die Stellen setzt. Muss ich... Na, wann siehst du mich? Und jetzt habe ich das Dorf. Kurz runter hier. Dann müssen wir auf die andere Seite, wie mir scheint. Aber ich glaube, wir packen wieder unsere Eile aus. Die gucken wir mal aus der Arschtasche. So, der Feind lauert. 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 Alter, jetzt reicht's? Na, dann können wir doch gleich mal den hier nehmen. Ah ja. Alles Gute kommt von oben in gefiederter Form. So. Wo denn? Ich weiß, dass wir die Klatschehand vergessen. Was? Alter, hast meine... Dingsbums... TUSCHI. Hier. Mit TUSCHI. Ja. Da, da, da. Ah, ich darf mich auch mal... Einmal heilen. Na? Brustklatsche. So, wo schleichen wir uns denn lang, dass uns... ...dass uns die da nicht sehen. Na, guck. Da. Da. Oh, ja. Oh, ja. Bleib in Deckung, Katze Da ist die Hand Sehr schön Komm, 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 komm Komm hier rum Alter, schlech doch nicht da oben lang Ich bin hier Gut, dazu sagen wir jetzt nichts Nein So, welches Pärchen steht denn hier hübsch, Pärchen mäßig zusammen? Es gibt ein paar Wespen Wegen Wespen werdet ihr doch keine Verstärkung Weich Schnips Hallo? Oh, das muss man glauben Na, 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 komm, 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 komm her Schmieg dich an die Wand Sag mal Krieg diese Wespenzeugstöns dem was? Oh, ich hab's beim Gehofft Das werden wir mal ganz kurz beobachten Oh, scheiße, da kommt's noch Zu uns Äh, was rennt da, was rennt da, was rennt da Gut 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 Ich bin total begeistert Ich muss dich unbedingt streicheln Scheiße, komm her Ich streichel dich Komm, lass uns Oh, du bist so Traum, ein Traum Oh, scheiße, das schaffst du nicht Oh, scheiße, das schaffst du nicht Okay Hinternschuss Schulterschuss Kopfschuss Tod Äh, naja, gut, kein Kopfschuss Was, da waren aber noch ein paar Yeah Leute Yeah, wir haben's Keiner Nahmuskulist Yeah, gab Pluspunkte Baby Und wer hat verkackt Die Katze Äh, Tushi Oder Niet-Ni Oder Niet-Nagel Pass auf beim Kauen Ja Hm, sah grad so aus Könnte ich da rumkrabbeln Ich würde sagen Das Baby hier gehört uns Nice Äh, her damit Taschen müssen voll bleiben Äh, her damit Das wollte ich gar nicht Katze, kümmere dich drum So, auch hier an dieser Stelle können wir Einen Ne Reise machen Ja, ist der Fall Ge-Macht Hörst du auch Wer? Ja So, reichst du dem Rupke quietsch, ey Ge-Nau Männlich hier Genau So sehe ich das auch Wie sind die denn alle Hier Oh, da ist ja noch einer Daneben Äh, hehehe Ein krönender Männlicher Abschluss Wo bist du denn? Würde ich mal sagen Kommt denn der an, Karin? Nein Kommt er nicht Warte mal, warte mal Mal schön sammeln Meins? Alles meins, meins, meins Was? Alter Na, spielst du wieder? Okay, Pfeiler sind voll Ja, wunderschön Wo ist denn hier? Aha Oh, das wird Nacht Kann man hier pennen? Wo, wo? Äh, ich wollte hier gar nicht rauf Aber ist gut Da war ein Bier Ach, warte mal Stapel Genau Gleich ein Stapel hier rausnehmen Inventar wieder füllen Und dann Haben wir es schon wieder An der Stelle, ihr Lieben So Immer her damit Damit sind wir voll Das nehmen wir auch mal an Und Das hatten wir, glaub ich, auch Hier sind zwei Ah Sehr schön Und ich kann irgendwas machen Dorf Hi Oh, okay Du bist aggressiv Und du hast im Käfig Okay, dann machen wir mal schnell Schnell ist gut Hier können wir auch eine Schnellreise hinmachen Merkt euch die Stelle Ähm Svitum Svitum Hä? Achso Schnellreise hier Dann machen wir noch das Häuschen von dem Und dann Machen wir einen Cut Mal gucken, wo der ist Wo war denn der? Wo war denn der? Platz du Genau Wer war denn das überhaupt? Das muss ich nochmal mit die Fratze angucken Der war da Ach, das wird auch so angezeigt Ey, wie geil Hier wird wieder fleißig getrommelt Find ich gut Genau Sag einfach König zu mir Das reicht schon Hi Ich will dich nicht anquatschen Ich bin noch nicht ganz durch Verbesser Wollte er gerade jenen an Flöten? Ja, der hat doch glaube ich mal auf uns raufgepieselt Ich glaube das war der doch, ne? Prächtig, prächtig, prächtig Sehr schön Jetzt muss ich bis nach oben latschen, um zu pennen Interessant Die Kinder sind im Bett, wie mir scheint Die Mutti's passen gut auf die Kinder auf Wie kann ich das denn? Wie kann ich das doch gar nicht machen, ne? Ne Da fehlt uns noch eins Sel Jetzt ist aber Ruhe hier, sonst beschweren sich die Nachbarn Lasst mich mal hier durch Ja Nein, 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 nein Ich will jetzt ein Fragezeichen nicht haben Ich will mein Bett So, und zwar Mandy schlafen bis zur Morgendämmerung Ein Träubchen Die hättet ihr alle schön heiß, das ist schön Früher hat man nachts nicht Wär jetzt ein Ei, wenn hier so ne seltene Dingshaut ist Damit sind wir ja glaube ich voll Aha Nimm' wir mit So, die T-Saufen freut sich bestimmt über 26 Minuten Gleich 27 Minuten Ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zusehen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Kämpfen, männlich War das schon immer so ein Bild hier? Bestimmt Bis dann, die Lieben Ciao, ciao